In diesem Video möchte ich zeigen, wie du einen variablen Google Font in eine Website integrieren kannst. Ich bin hier auf fonts.google.com und sehe eine Auswahl von Fonts, die ich mit einem Häkchen hier auf Variable Fonts einschränken kann. Das hilft nicht besonders, weil ich sehe hier keine Vorschau der Eigenschaften, die variabel sind. Allgemein ist zu sagen, dass dieses ganze Interface hier nicht besonders hilfreich ist beim Umgang mit Variable Fonts. Ich kenne einen Font, der heisst Recursive, der geeignet ist für diese Tests. Und ich wähle den mal aus und sehe hier eine Vorschau. Es gibt hier acht verschiedene Gewichte und unten gibt es einen Verweis auf eine Variable Achse. Und zwar die Gewichtsachse von 300 bis 1000. Wenn ich auf Select this Style klicke, dann kriege ich in einer Seitenleiste einen Code-Baustein, mit dem es möglich ist, eine Verbindung zu diesen Google Fonts herzustellen und nachher den Font über das Style-Sheet anzusprechen. Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Link ist HTML-Syntax und Ad-Import, zumindest der Teil zwischen diesen Style-Tags. Das ist CSS-Syntax, das kann direkt in ein Style-Sheet gepastet werden. Und dann hier unten steht dann, wie effektiv für ein Element im Style-Sheet, für ein HTML-Element, die Schriftfamilie eingestellt werden kann, sodass dieser Font zum Einsatz kommt, wenn dieses Element geändert wird. Leider ist zu sagen, dass keine dieser beiden Möglichkeiten wirklich gut funktionieren. Als Beispiel, wenn du anschaust, was hier drin steht, also dieser Teil ist der eigentliche Link auf die Schnittstelle von Google, wo dieser Font verfügbar ist. Dann siehst du, dass nach der URL hier, da gibt es ein Fragezeichen. Alles, was nach dem Fragezeichen steht, das sind so Umgebungsvariablen. Da steht, was da für ein Font kommen soll und irgendetwas, was ausgewechselt wird. Das ist nicht so wichtig, was da steht. Interessant ist, was passiert, wenn ich hier am Regler ziehe und ein stärkeres Gewicht auswähle und dann dieses auch noch auswähle. Dann stehen nach dem Namen des Fonts plötzlich, gibt es eine Art Referenz, WGHT, das steht für Weight. Das ist auch der Name der Achse in diesem Font. Da stehen jetzt plötzlich zwei Werte, 400 und 819. Das korrespondiert mit dem, was ich auf der Achse hier eingestellt habe. Und das resultiert dann darin, dass ich den Font tatsächlich einbinden kann. Beschränkt dann, also die Gewichte auf zwischen 400 und 819. Möglich wäre aber eine Bandbreite von 300 bis 1000 und das Interface hilft hier nicht, diese Auswahl einfacher zu gestalten. Also wenn ich jetzt nachträglich noch auf 1000 gehe und das auswähle, dann steht dann 1000 auch noch drin. Und wenn ich auf 300 gehe und das auswähle, dann habe ich 1300, 400 und 819 in einem Durcheinander. Die Reihenfolge ist hier auch seltsam. Und ich könnte jetzt hier die, die ich nicht benötige, rausschmeissen und 300 bis 1000 behalten. Aber insgesamt ist es ziemlich unbefriedigend und es gibt hier keinerlei Hilfestellung, die das erklären würde. Also auch wenn ich die beiden rausschmeisse und hier irgendwo in die Mitte gehe und das auswähle, ich kriege dann wirklich nur dieses Gewicht. Und eigentlich möchte ich ja den Variable Font an sich nutzen können. Was aber hilft, ist ein Artikel bei CSS Tricks. CSS Tricks ist eine Website, wo Frontend-Programmierer die neuesten Tricks lernen können. Und es gibt hier einen Artikel, Getting the Most Out of Variable Fonts on Google Fonts von Stephen Nixon. Und Stephen Nixon, das ist der Designer dieser Schrift, dieser Recursive-Schrift. Es gibt hier drin recht viele Details technischer Natur. Es steht auch ein bisschen etwas über die Entstehungsgeschichte dieses Fonts. Und gleich hier zu Beginn steht ein Code-Schnipsel, das ich verwenden kann, um den Font einzubinden. Und zwar nicht nur mit der Gewichtsachse, sondern auch mit einer Achse, die Casual heisst, C-A-S-L. Mit einer Achse für die Kursive und sogar einer Achse für die Zeichenbreite, die hier mit Mono bezeichnet ist. Und das ist dann der Variable Font in seinem vollen Umfang. Also Google bietet den so an zum Benutzen, aber auf der eigentlichen Google-Seite werden nur acht Gewichte, also acht Instanzen dieses Fonts kenntlich gemacht und alles andere wird unterschlagen. Also du kannst das brauchen hier, aber es ist etwas mühsam. Den Link zu diesem Artikel werde ich in der Beschreibung des Videos einfügen. Ich nehme jetzt also diesen Code-Baustein hier und um das zu testen, gehe ich zu CodePen. CodePen ist eine Website, wo ich auf vorgefertigte HTML-Dokumente, die bereits mit einem Style-Sheet verbunden sind, zurückgreifen kann, um solche Tests zu machen. Es ist ein bisschen einfacher als das ganze Setup hier bei mir auf dem Computer von Null auf aufzusetzen. Ich habe hier einen Account gelöst und mich angemeldet bei CodePen, dadurch kann ich solche Tests, die ich hier mache, abspeichern und auch mit Freunden teilen oder mit Studenten, Verwandten und Bekannten. Ich wähle zuerst einen Titel und speichere es noch ab. Sobald es abgespeichert ist, ändert sich hier oben die URL und ich sehe meinen Kürzel meines Benutzers und einen Buchstabencode, der immer gleich bleibt und damit kann ich das auch teilen. Und jetzt schreibe ich zuerst den Namen eines Tags, zum Beispiel eine Überschrift. Mit der Tabulatortaste kann ich das vervollständigen. Dann schreibe ich etwas Text. Und dieser Text wird jetzt zuerst einmal gerendert mit der Times, das ist einfach die Voreinstellung des Browsers. Das heisst, ich kann in CSS hier eine Regel schreiben für diese Überschrift. Und dann zwischen geschweiften Klammern die Eigenschaften, die zum Tragen kommen sollen. Zum Beispiel eine grössere Schriftgrösse. Und jetzt möchte ich natürlich diesen Font von Google nutzen. Und wenn ich das anschaue hier, diese eckige Klammer und dann Link, das ist wie gesagt HTML-Syntax, also dies muss in den HTML-Teil meiner Dokumente. Und der HTML-Teil hier bei CodePen, das ist etwas speziell, das ist nicht das ganze HTML-Dokument. Also wenn du das nicht kennst, HTML-Dokumente bestehen aus Tags, das sind so eckige Klammern, die eine bestimmte Bezeichnung haben. Und es gibt immer einen beginnenden und einen schliessenden. Der schliessende hat so einen Schrägstrich. Ein HTML-Dokument ist eingeschlossen mit HTML-Tags und darin sind dann zwei Tags. Der eine heisst HEAD und der andere heisst BODY. Und der BODY ist alles, was sichtbar ist, was nachher geändert wird im Browserfenster. Also das eigentliche Dokument. Und der HEAD-Tag, der enthält unsichtbare Information über das Dokument. Zum Beispiel, ob es mit einem japanischen Zeichensatz gerendert werden soll oder mit einem kyrillischen oder was auch immer. Oder es kann hier eben auch einen Link geben auf ein Style-Sheet. Und in CodePen ist alles bis auf den BODY verborgen. Also eigentlich ist auch der BODY-Tag verborgen. Der BODY-Tag ist im Grunde genommen dann dieses Fenster, wo ich etwas eingeben kann, was nachher sichtbar geändert wird in diesem Output-Fenster unten. Und dieser Link auf Google Fonts, der müsste eben auch in diesen HEAD-Tag, in diesen HEAD-Bereich. Und weil ich das hier nicht habe, muss ich einen anderen Weg finden. Und es gibt unter Settings, und da, wenn du HTML wählst, dann gibt es eben hier ein Eingabefenster, wo du Dinge hineinschreiben kannst, die in diesen HEAD gehören würden. Und da paste ich jetzt diesen Link. Und speichere das nachher ab. Und damit müsste jetzt eigentlich eine Verbindung stehen. Und ich kann das testen, indem ich hier die Eigenschaft Font Family schreibe und dann den Namen Recursive. Und das scheint zu funktionieren. Wenn es eine Schrift ist, die einen Namen mit Leerzeichen hat, dann muss dieser Name in Anführungszeichen geschrieben werden. Hier ist es optional. Und um zu sehen, ob jetzt die Eigenschaften dieses Variable Fonts eingestellt werden können, versuche ich es zuerst mit dem Schriftgewicht. Und ich schreibe, es gibt zwei Möglichkeiten, das zu tun. Und zuerst probiere ich die generische Variante, das heisst Font Variation Settings. Du siehst, dass CodePen mir einen Vorschlag macht hier. Wenn das bei dir nicht so ist, dann kannst du das einstellen. Die entsprechenden Einstellungen findest du oben rechts unter dem Button mit deinem User-Symbol. Font Variation Settings und der Wert hier ist der Name der entsprechenden Achse. Das ist hier WGHT, es sind immer vier Buchstabenkürzel. Und dann ein Wert, hier sind es glaube ich 300 bis 900 oder 300 bis 1000. Und dann, um abschliesslich abzuschliessen, einen Doppelpunkt. Bei CSS braucht es nach jeder Zeile, also vor jedem Zeilenwechsel einen Doppelpunkt, sonst zieht CSS die Buchstaben zusammen und dann gibt es Fehler. Also 300 scheint zu funktionieren, 1000 scheint auch zu funktionieren. Also ich kann jetzt hier auf einer Bandbreite zwischen 300 und 1000 das Schriftgewicht einstellen. Und das ist nicht unbedingt nötig, das so zu schreiben. Es gibt eine explizite CSS-Eigenschaft namens Font Weight, wo du das ebenfalls einstellen kannst. Das geht aber nicht für alle Eigenschaften eines Variable Fonts. Die Gewichtsachse, die ist einfach so weit verbreitet, das ist so normal und standardisiert, dass es die gibt in einer Schrift, dass die Browser so eingestellt sind, dass automatisch diese Achse sich auf Font Weight übertragen lässt. Das geht aber nicht für alle Eigenschaften. Zum Beispiel gibt es ja hier noch eine weitere Eigenschaft oder eine weitere Achse namens Casual. Ich bin nicht ganz sicher, ich glaube sie reicht von 0 bis 1. 0 ist auch der voreingestellte Wert, das ist dann so etwas eckig. Und wenn du es auf 1 schaltest, dann sieht es aus wie handgeschrieben. Dann gibt es so eine kalligrafische Note. Und es ist auch möglich, hier einen Komma-Wert, das 0 ist optional, einen Komma-Wert zwischen 0 und 1 einzustellen. Also wenn es Eigenschaften eines Variable Fonts sind, die nicht so standardisiert sind wie Zeichenbreite, das wäre Font Stretch oder das Schriftgewicht, Font Weight, dann ist es nötig, diese Eigenschaft von Variation Settings zu verwenden. Es ist übrigens auch möglich, hier mehrere Werte anzugeben. Also ich kann einerseits einstellen, dass diese Casual-Variante aktiviert werden soll und gleichzeitig kann ich auch das Schriftgewicht angeben. Also ich muss jeweils in Anführungszeichen den Namen der Achse angeben und dann einen Zahlenwert. Und wenn es mehrere sind, dann ein Komma und dann wieder den Namen der Achse in Anführungszeichen und wieder einen Zahlenwert. Und also du siehst, sowohl das Schriftgewicht als auch diese kalligrafische Qualität lässt sich hier gleichzeitig einstellen. Also zum Wiederholen, das User-Interface bei fonts.google.com bietet nur einen sehr limitierten Leistungsumfang an. Und es gibt leider aus meiner Sicht keine andere Möglichkeit, sich hier zu behelfen, als solche Artikel zu lesen und selber zu recherchieren, um hier etwas tiefer zu graben. Also Google Fonts sind, es ist möglich mit Google Fonts auf die schnelle Tests zu machen und schnell vorwärts zu kommen. Aber es ist doch ein bisschen mehr Aufwand nötig, als einfach nur Copy-Paste bei fonts.google.com. In einem weiteren Video werde ich zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, im Style-Sheet zwischen verschiedenen Werten auf diesen variablen Achsen hin und her zu springen. Und da geht es jetzt direkt an diesen verschiedenen Werten auf dem고요. Also euch hier einfach weiter. Wir können uns da umd chosemher am Venturaco an. Ichiantig da, wenn auf Person zu sehen.